Halt. Krieg erklären. Wir wollen Tico den Krieg erklären. Ja gut, sie haben ihren Untergebenen jetzt mit da reingezogen. Gut, es muss einstimmig sein. Es geht um die hier. Wenn ihr jetzt guckt hier, die Cleanser von irgendwas sind halt zum einen nicht die stärksten und zum anderen, die sind glaube ich sogar alleine, weil die isolationistisch leben und xenophob sind, habt ihr keinen der euch unterstützt. Das ist schlecht für euch, würde ich jetzt sagen. So, zwei Flotten. Einmal am einzigen Knoten zu denen sammeln. So, jetzt müssten wir die Halianer Angriffsarmeen holen. So, zwei, drei, vier, fünf, drei, neun. Wir sind nicht so stark. Die Saluim Superia sind stärker als wir. Kollateralschaden, 100% warum, was das schon wieder heißt. Genauso gesund, genauso moralisch, okay. Ihr also Soll einfach mal fünf Armeen da raus. Und jetzt brauchen wir aber Ansprüche. Ja, ich hätte das vorher beanspruchen sollen, ich weiß. Soll es uns zum Beispiel sagen, wir wollen den haben und noch den Planeten. Soll ich den Rest dann nicht nachher auch trotzdem nehmen? Funktioniert das so oder ist das dasselbe Problem wie bei Star Trek, dass ich sozusagen nur nach und nach die Sachen einnehmen kann? Ich weiß es gar nicht. Ich habe sonst Schwarmintelligenz gespielt, da konnte ich einfach alles überrennen. Ich versuche das einfach mal. Ich tue mal so, als würden wir die beiden jetzt haben wollen. Und wenn wir die dazwischen dann noch irgendwie brauchen, nachher haben wir halt Lücken dazwischen. Das ist ja nicht schlimm. Forsche mal in Ruhe. Anurik Krieger entdeckt. Seit einigen Monaten haben wir vereinzelt Berichte über eine klare Anzahl außerirdischer Söldner und Freibeute erhalten, die an den Grenzen unseres Raums operieren. Wir selbst nennen sich die Panuri und sind offenbar Exzellenten einer nomadischen Kriegerkultur, die in und um das Mon-Bot-System herum in überfüllten Raumstationen leben. Ihre Durchreise in der Nähe unserer Grenze verlief ohne Zwischenfälle. Aber sie warnten uns davor, Mon-Bot zu betreten. Sie haben keine Zentralregierung, die erwähnenswert wäre. Stattdessen sind sie in verschiedene Fraktionen aufgeteilt, die oft benachbarte Sternensysteme überfallen. In Anbetracht ihrer riesigen Bevölkerungsdichte und ihrer Produktionskapazitäten, wären die Panuri wahrscheinlich eine bedeutende galaktische Macht, wenn sie jemals damit aufhören würden, sich gegenseitig zu töten. Jo, Außenseiter, wir sind die Panuri im Gegensatz zu den Zivilisierten. Ach, guck mal. Verzeih dienen wir keinem einzigen Meister. Ich wurde auserwählt, um euch diese Botschaft im Namen aller Häuser zu übermitteln. Versucht nicht, uns eure verweichlichten Wege aufzuzwingen. Ihr mögt zwar ausschädliche Schiffe in unser Territorium schicken, aber erwartet nicht, dass sie zurückkehren. Unsere Krieger werden die Abwechslung begrüßen. Sendet nur auf dieser Frequenz, wenn ihr Tribut anbieten wollt oder Söldner benötigt und die Mittel habt, sie zu bezahlen. Okay. So, jetzt müssen wir theoretisch erstmal auf die zweite Flotte. Warten wir auf die zweite Flotte? Oder lassen wir die erste Flotte einfach schon mal eindringen? In das feindliche Gebiet. Hier kann er nicht sein. Außerdem haben wir die Amöben auf unserer Seite. Theoretisch. Heretikstation engagiert. Ja, unsere Flotte halt. Wie stark ist so eine Station? Zu schwach, um dagegen zu halten. Das hier wird eher ein Problem. Deren Flotten erwartet uns dort. So, riesiges Subraumwesen. Moment, ja. So, die Flotten sind... ...auf dem Weg. Ihr verbindet euch gerade. Erwarten wir die Flotte? Hier irgendwas. Zwei. Ihr teilt euch auf. Konstruktion complete. Moment. Was haben wir jetzt hier? Omni-Kodex wurde ausgegraben. Dieses einzigartige Gerät enthält die genetische Sequenz sämtlicher Spezies, die die Omni gescannt haben und ist in der Lage, sie unter Verwendung nicht als einiger grundlegender Rohstoffe wiederherzustellen. Leider schien es den Omni nicht möglich gewesen zu sein, es zu perfektionieren, bevor sie vernichtet wurden. Weshalb nicht ausgewählt werden kann, welche der vielen Spezies bei der Aktivierung des Geräts erstellt wird. Interessant. Wir haben einen Omni-Kodex gefunden. Die Ausgrabung ist jetzt fertig. Klickt Aktivierung. Kostet uns jetzt 3000. Genmodifikationspunkte plus eins. Erschafft Bewohner einer existierenden Spezies auf einem eurer Planeten. Das heißt, wir bekommen jetzt einfach irgendeins der Völker bei uns mit rein. Ist das gut oder schlecht? Wir haben halt noch mehr Völker. Na, warten wir erstmal noch mal. So. Jetzt geht's los. Na? Unsere Flotte trifft auf deren Flotte. Wenn wir schon mal Krieg haben, dann ist wenigstens auch... ...richtig. Strahl! Blind! Ah! Man sieht wieder nichts! Wursch! Construction complete. Wow! Moment. Einladung zum Wirtschaftspark. Nee, das ist okay. Sternbasis abgeschlossen. Baureihe beendet. Baureihe... Ach, das war der ganze Ausbau. Sind die geflüchtet oder sind die vernichtet worden? Nee, wir haben... Die haben nur einen... Einen haben wir... Sechs haben wir vernichtet. Von denen. Sechs Korvetten wurden zerstört. Wir hatten einfach keine Chance. Die sind einfach instant dann abgehauen. Direkt Schiss bekommen. Was uns jetzt einfach dazu bringt, weiterzufahren. Äh, zu fliegen. Die andere Flotte kommt, macht halt schon. Irgendwann mal kommt. Äh, zwischen Asteroiden, Kreis und fremdes Schiff. Okay. Situation nicht geändert. Ethikänderung bei Satrage League. Wer war das denn? Ach, das war denn hier. Das ist ja Schwarm dort da unten, oder? Äh, nach einer andauernd Phase wachsenden Zuspruchs für Battle Bräseren hat Satave League die Fraktionen schließlich akzeptiert und ihre Kernprinzipien und Richtlinien angenommen. Als Folge der Integration dieser Fraktion in die Regierung sind sie nach außen militaristischer geworden. Müssten also unsere anderen Leute die das nicht voll toll finden? Was ist denn das hier? Äh, aber es ist noch an dem Hyperrelais. Auch hier, die Fallenflotte, einfach mal in Dauer bestrahlen. Pschu. Und dann natürlich auch noch die Station hier einmal auseinandernehmen, bitte. Anomalyse gefunden. Ja, Moment, lasst uns doch erstmal um die wichtigen Sachen hier kümmern. Wie halt sowas. Wir sind nämlich gar nicht so schwach, die Station hier. Aber ist trotzdem chancenlos. Wir haben jetzt einen Gefallen gekriegt von denen. Ach, diese Reliktaktivierung, die will ich nicht. Das ist zeitkritisch, das ist noch ausstehen. Machen wir gleich. Okay, habt ihr das gleich mal hier? Besetzt ihn mal kurz. Hey, Feinfahrt in der Nähe. Jetzt aber schnell hier mit der Station. Die Flotte muss da durch. Die Flotte klärt das hier im Alleingang. Das war jetzt aber schon, war jetzt, sagen wir mal, war schon mal etwas. Man kann die Flotte jetzt einfach weiterziehen, ne? Also, denen geht es gut. Also, die will es nur gute Kampfschnecken. Das können sie. Anscheinend. Also, Kolonie gegründet, Kolonie gegründet. Die Flotte in Kampfschnecken können wir mal reingucken. Was haben wir denn selber? Fünf Schiffe verloren, das ist schade. Haben aber 28 zerstört. Das ist eine Ansage, würde ich mal sagen. So, archäologische Städte. So, die Notiz des Schildträgers haben uns zu einem elektrischen Umspannwerk geführt, das einst diesen Rangierbahnhof versorgte. Es sieht so aus, als hätte seine Expedition die atmosphärische Versiegelung der Anlage durchbrochen, da es hier vergleichsweise wenige Anzeichen von Verfall gibt. Die staubbedeckten Kabelkanäle formten Kolonaden, umdutzte von Monitoren herum. In einem solchen Gang von Monitoren fanden wir auch Spuren einer anderen empfingungsfähigen Spezies. Ich finde auch, also unsere Schnecken haben sich gut geschlagen vor allem, weil die Station ja auch noch dazwischen war. Also alles drei zusammen wäre vielleicht hart gewesen, da die beiden Flotten nach und nach kamen und die zweite Flotte erst nachdem die Station schon besiegt war, lief das eigentlich richtig sauber durch. Die Expedition des Schildträgers beschrieb diese als eine Gruppe von Molluskuiden-Technikern. Ihre noch erhaltenen Körper waren zum gegenseitigen Schutz oder zum wärmendicht zusammengekauert. Die Aufzeichnungen erwähnen auch zwei Versuche, das jahrtausendealte Umspannwerk wieder in Betrieb zu nehmen, allerdings mit Werkzeugen, die in unseren deutlich unterliegen sind. Es besteht daher die Chance, dass wir ihre Bemühungen fortführen und damit die weiteren Ausgrabungen wesentlich erleichtern können. Also unsere Flotte macht sich auf den Weg weiter zu fliegen. Hier oben sind unsere Verbünden halt schon eingedrungen. Haben auch einen Planeten eingenommen. Oder einen Planeten eingenommen. Scheint so. Automatisch auf diesen Transportschiffen. Sicherlich, sie zu schützen. Was ist mein Orbit einfliegen? Könnte die Flotte nicht erstmal rumbombardieren? Ne, ne? Weiß ja gar nicht, wo ist unsere Zweitflotte? Da. Feinflotte in der Nähe, das ist klar. Das ist jetzt hier. Warum sind hier überall Hyperrelais? Gehen die nicht auf die Schilde? Gehen die nur auf Hülle? Sieht das hier so aus? Die Panzerung ist nämlich fast weg. Die Rumpfstärke ist auch da. Die Panzerung ist fast weg. Schilde sind auf voller Leistung. Die schießt uns einfach nur die Hülle weg. Forschungsabkommen schließen die ab. Das entlassen das, das, das. Kulturerbestätte. Ah, jetzt habe ich... Ich wollte das nicht wegklicken. Habe ich jetzt zwar gemacht, aber eigentlich war das nicht der Plan. Das alte Umspannwerk hat uns mit seiner Komplexität überrascht. Wir nahmen es mit einem tragbaren Phasengenerator in Gang, doch die darauf folgende Aktivität hat Teile der Jahrtausende alten Struktur um uns herum zum Einsturz gebracht. Glücklicherweise hatte unser Team ausreichend Vorwarnungen, um Schutz zu finden. Als es aus seinem Versteck kam, fand es einige Bereiche vor, die nun verschüttet sind, aber auch einige neue, die sich an ihre Stelle geköftet haben. Nur dann. Komfort könnte schlimmer sein. Na, dann kiss mir dir. Schön, dass du da bist. Wir können uns an der Station aber, glaube ich, nicht reparieren. Oder? Zählt die sozusagen, als es... Ihr habt halt nichts zum Reparieren, ne? Hm... Den Schneckis geht's super. Also unsere kybernetischen Schnecken haben jetzt richtig Bock. Warte, wo ist das? Das Schiff ist da. Moment. Das muss ich auch mal kurz... Hier oben hatten wir noch... Äh, genau. Guck dir erstmal die archäologische Stätte dort mit an. Du hast hier nichts mehr zu tun. Einmal kurz wieder alles sortieren. Liegt mal nach da. Und wir haben jetzt Krieg, mit denen unser Bündnis ist groß. Das ist unser Bündnis hier. Ich weiß immer noch nicht, was hier alles so leuchtet. Habe ich immer noch nicht verstanden. Wir vernichten die anderen sieben. Wir haben zwei verloren. Und schade. Jetzt sieht die Quote sich immer ganz so gut. Aber unsere Flotte wird auch ein bisschen schwächlich gerade. Die schwächelt hier. Hm. Auch wenn sie noch sehr stark ist. Aber sie schwächelt trotzdem. Ich weiß nicht, was war Prost auf Klingonisch? War jetzt was noch einer? Ich nehme dich ehrlich gesagt nicht mehr. So, ihr seid aber entspannt da oben, ne? Beeilt euch doch. Macht doch mal ein bisschen hier. Ihr habt den Krieg erklärt. So, da kommt jetzt die Flotte mit eurem 6.000er, Mensch. Ist ja lächerlich. Guck mal, die gucken hier ganz doof, was hier los ist. Wenn ich mir nicht sicher wäre, dass die Station hier auch nochmal mit fast 4.000 zu Buche schlägt. Ähm. Assoziationsstatus anbieten. Für wen denn? Das Jusk Empire. Jetzt müssen wir erstmal Pause machen. Warte mal. Das Jusk Empire. Wer ist jetzt das Jusk Empire? Wart ihr das hier hinten? Genau, das wart ihr. Das heißt, ihr tut uns nichts. Das ist okay. Mit Ja-Stimmen. Und jetzt da nämlich erstmal Frieden. Nee, das ist ja sowas wie ein Nicht-Angriffspakt. Ich glaube, nein, das passt gar nicht. Das ist okay. Nächste Tradition. Das sind wir schon... Ich bin hier schon durch. Ja. Also werden wir jetzt hier aber niemals aufgeben. Stärkere Truppen. Das passt ja gerade super. Weil unsere Truppen gerade eh auf dem Weg sind. Hier am Planeten. Einzunehmen, aber anscheinend haben wir einfach nur die kleinste Winzflotte aller Zeiten. Mit einer Armee-Steck von 195. Gefühlt haben die hier ein bisschen mehr. Die Lamellenpilze. Wir brauchen mehr Truppen. Und ihr braucht einen General. Rekrutierbare Anführer. Ja, aber wenn dann hier. Ja. Ja. Ist ja viel stärker, aber es ist wenigstens ein General. Fünf Armeen befinden sich an diesem Ort. Ja, das heißt, wir brauchen viel mehr Truppen. So. Drei, neun. Hier auch. Drei, vier, fünf. Das heißt, wir haben jetzt mal aus den Kerngebieten. Da werden die Leute nachher an die Front gezogen. Normalerweise nimmt man aber eigentlich die aus den Randgebieten, oder? Die Botschaft einrichten mit den Steinen hier. Ja, ja, ja. Die Spirits haben uns neue Wissen. Zivilunternehmen will ich nicht. Erkenntnis über das enigmatische Tor erhalten. Das ist eine gefährliche Technologie. Ein Gebiet der Nanomechanik und der Subraumphänomene können schließlich zu neuen Erkenntnis über das enigmatische, für das deaktivierte L-Tor-Mysterium führen. Baukosten-Sternbasis, Modul-Sternbasis, Kern-Tiefbau, mehr Mineralien. Das Zivilunternehmen interessiert mich nicht. Ich glaube, wir machen einfach das. Gefährliche Forschung klingt voll super. Gleich ist die zweite Flotte da. Ja, die gehen fast nur auf Rumpf und Hülle. Die Panzerung. Ja, und wir mit unseren Lasern halt erst die Schilde mit ausschalten. Das ist halt, äh... Es funktioniert, aber es macht mir ein bisschen Sorgen. Es macht mir schon etwas Sorgen. Wir haben wieder ein Schiff verloren. Aber gut, 15 vernichtet ist okay. Aber irgendwann verlieren wir alle, weil die Hülle einfach voll runter geht. Oder ist es doch, ne? Rumpfstärke. Oder bin ich gerade bei der Leiste einfach falsch? Nein, warte mal. Genau, wenn ich das Schiff gucke, Rumpfstärke. Die Panzerung ist komplett weg. Es geht schon direkt auf die Rumpfstärke. So. Hier ist noch Panzerung da und so weiter. Aber bei vielen ist halt die Panzerung schon weg. Es geht schon direkt auf den Rumpf. Während die Schilde bei so gut wie allem fast gar nicht angekratzt sind. Weil die halt nur auf, äh... Das Harte gehen. So, schließt ihr beide euch jetzt mal kurz zusammen? Ihr müsstet eigentlich... Ah nein, ich habe beide Flotten mitgenommen, ne? Ich bin so klug. Na, die Flotte geht jetzt dahin und diese Flotte repariert sich jetzt erstmal. Ist es jetzt? Kaleidoskopischer Lichtmuster. Wo ist das für eine... Okay, findest du mal kuriose Sachen? Die freuen sich dahin mit unseren Dimensions-Tor-Kollegen. Mitglied trat dem Rad bei. Ist okay. Und mehr Technologie. Erstmal neuen Ion-Disruptor. Über Fechtsrollen, Komponenten. Mehr Forschung durch Forscher. Hier ist das Hyperrelais. Das, was die anderen hier schon die ganze Zeit bauen, können wir jetzt dann auch endlich mal. Hydrophal-Beseitigung da von... vom Sumpf... Okay, dann müssen wir mal irgendwann diese Sachen machen, die halt die Blocker mit entfernen. So. Repariert ihr euch jetzt? Jo. Die kleine Mehlwindsflotte bleibt hier hinten. Das ist der Heimatplanet. Mal gucken, wie stark dort die Station ist. Über auf den kargen Feldern von irgendwo gibt es Hinweise darauf, dass hier ein Schlachten geschlagen wurde. Unterhalb des leblosen Bodens haben unsere Forscher auf IKS-Belag, Knochen, Metallsplitter und höchst überraschend einen Behälter voller Dokumente gefunden. Wenn wir diese Dokumente zur Übersetzung zurück zur Heimatwelt schicken, können wir möglicherweise etwas über diesen Krieg und die Konfliktparteien erfahren. Ja, komm, lass uns was erfahren. Statt... Die paar Krillelz, die wir haben, die können wir auch behalten. Botschaft einrichten. Bei... den Schafgraben. Ja, von mir aus. Machen wir direkt die Grenze auf. Genau. Ihr seid auf dem Sprung in 57 Tagen. Ihr springt zuerst. Die Flotte selbst hier ist nicht stark. Zufriedenheit der Staatsbürger erhöhen ist, glaube ich, ganz schön, oder? Mehr Einigkeit ist aber auch mal. Wofür stimmt ihr jetzt gerade? Immer noch das, oder? Relativische Erleichterungen, ja. Schade. Hier immer noch die hier haben. Und unsere Flotte dringt jetzt hier ein. Das ist eine starke Station, würde ich sagen. Helft uns! Heretikstation engagiert. Keine Chance. Liegt denn da rum? Das ist... Das ist... Das ist deren Armee. Operation Menschliche Schild, oder Pilzschild eher. Erstkontakt in große Wunde. Ihr habt keine Zeit dafür, Mensch! Guck mal, wie es hier leuchtet. Können wir doch keinen... Okay. So. Machen wir jetzt mal die anderen Sachen. Irgendeine Grenze ist auf. Hier kämpft noch jemand. Das ist die andere Station. Das ist hier unten jetzt gewesen. Ich schicke die auch zur Unterstützung, sonst mit da hoch. Ich bin da ja nicht so... Ich bin doch einfach die nächsten Systeme in der Nachbarschaft mit angreifen. Das macht ihr hier alleine. Dann machen wir im Erstkontakt dabei. Da weiß man auch ein bisschen eine Schnecke zu. Dann gucken wir uns auch die Archäologie an. Die Umfassanalyse der Hunderten... Ne, von der Hunderten von Kanälen auf der Oberfläche des Planeten wurde abgeschlossen. Es hat sich herausgestellt, dass das komplizierte Kanalgitter nicht durch einen natürlichen, vorkommenden geologischen Prozess gebildet wurde. Es wurde mit Absicht so herausgegangen. Aufgrund des beträchtigten Alters der Gräben, die von mehr als 100.000 Jahren ausgegraben wurden und als solche stark erodiert sind, ist es schwierig festzustellen, wie oder warum sie gemacht wurden. Jo, buddelt mal weiter. So, können wir uns jetzt den Krieg hier weiter angucken? Danke. Ja... Versucht es zu bergen. Was auch immer jeder schon wieder findet. Lass uns doch jetzt erstmal hier in Ruhe die Station zerbomben. Machen wir nur Stress hier auf. So, aber die Station hat zwar... Militärmacht steht ja relativ viel dran, aber... Aushalten tut sie trotzdem nichts. Jetzt fällt hier... Moment. Das ist die andere, das ist nicht schlimm. Jetzt nehmen wir unsere Flotte. Und zerbomben jetzt deren Heimatwelt? Scheint so. Weil hier passiert jetzt nichts. Und zerbomben jetzt. Und zerbomben jetzt. Und zerbomben jetzt.